Hast du Abi? Ja. Du egelhafter. Ja wie? Wie ihr selbstverständlich sagt? Ja, klar du Stück Scheiße. Ich hab Abi und du nicht. Zick, 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 zick. Herzlich willkommen meine lieben Freunde. Was geht es? Wieder für euch euer Lazy. Und wieder für euch euer Lazy. Das ist geil. Block. Mit dem lieben Shikaken. 98. Der Junge, der wofür ein Abi braucht. Was geht Bruder? So. Wie ihr am Folgentitel schon seht, ist das jetzt der Spinnenberg Part 2. Wir haben ja in der letzten Folge so viel vom Spinnenberg gesehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen Progress. Ihr seht, wir kommen wunderbar voran. Es passiert genauso, wie wir das wollen. Es läuft alles nach Plan. Deswegen gehen wir auch jetzt direkt rein. Und wenn der Shiki hinten bleiben möchte, kann er das tun. Aber ich werde jetzt hier komplett rein engagen. Ich bleib hinten. Glaub mir. Na dann bleib mal. Ich bin hier schon auf was, was ich für ne, für ne Level. Also ich bin ziemlich weit oben schon. Achso. Hi. Wir können auch ein Level über dem Portal sein. Nicht vergessen. Achso. Also du willst jetzt direkt in den Neter. Du willst? Okay. Ich will direkt in den Neter, ja. Also du willst. Ich will nur beide dauernd, bis wir beim Neter sind. Ja gut, aber lol. Warum heißt dann die Folge überhaupt der Spinnenberg Teil 2? Wenn wir in den Neter gehen. Ich hab nicht gesagt, dass du es so benennen sollst. Achso. Ja gut. Dann müssen wir jetzt aber irgendwie 20 Minuten hier in dem Berg kaputt machen. Glaub mir jetzt nicht. Entweder das oder der Spinnenberg. Sag mal, warum sehe ich hier keine Gegner? Ach lol. Hier engagt schon einer. Ja. Ach deswegen kommt mir das hier so easy vor. Ja lol. Ja moin Bruder, was geht? Hier Kaiser, Rask, Gruß geht raus Bruder. Und da läuft ja noch einer drum. Hinter dir, Schicki. Ich hab grad nicht geguckt. Lol. Und ich schlag halt mit dem Zombieschwert auf die Spinnen drauf. Wie klasse alle. Ach weißt du was? Einfach für die Quest. Klettern wir ganz da oben. Das ist Teil 2. Hast mich überredet. Alles klar Bruder. Okay. Und dann werden wir von dem Bossmob da werden wir komplett weggefragt. Ja? Der Boss ist wahrscheinlich schon tot. Wann spawnt der immer so? Immer ne Stunde. Ach Quatsch. Es gibt Indikatoren, wann der Sposs spawnt und so. Okay. Da muss man nur wissen... Er schreibt help, alter. Ja. Du musst halt bloß wissen. Wir müssen halt bloß wissen, was die Indikatoren sind. Kommst du? Warte. Ich will ihm schon helfen. Er schreibt Hilfe. Wir können nicht helfen, wenn das Stecken bleibt. Also ich treffe den Silberfisch nicht. Egal. Okay. Weiter geht's. So. Zack, zack. Jalla Habibi. Rein da. Ja man. Gekillt bei Weaver Spider. Was ist das jetzt? Was ist jetzt ne Weaver Spider, alter? Na. Ich bin nicht die Fernkampfmacht. Ja, nice. Und das, by the way, ist schon das Tor. Oha, nice. Also wir hätten das schon. Ja. Aber wir klettern zur Spitze. Jo. Auch wenn der Boss wahrscheinlich schon tot ist, was sehr schade ist. Aber wir werden den save. Das ist trotzdem ne Quest. LOL, wie viel da oben los ist. Ja. LOL. Seht ihr die ganzen Namen? Woo. Alter, ist das heftig. Fresse halten. Wir sind jetzt hier am Start. Und weg da. Maul. LOL, ist hier was los. Okay, einen Beritner. Den hau ich aber so weit in die Fresse. Boom. Passt. Der hat einen Bogen gedroppt, glaube ich. Wenn mich da jetzt nicht alles täuscht. Weiß nicht, können die einen Bogen droppen? Ich denk schon. Ja. Oder? Ich treff den Silberfisch nicht. Nein, Schicki! Ich bin tot. Was denn hier los? Was soll das denn? Ich bin tot. LOL, ich sterbe jetzt mal auch, Alter. Ja. LOL, das sind... Diese Silberfische, ich schwör's dir. Was ist denn das für eine Scheiße? Silberfische sind schlimm, ja. Die Hitbox ist komisch. Öhmlich, ich hab die halt... Wirklich nicht getroffen. Ich meine, Ausreden, okay. War vielleicht schlecht gespielt von uns beiden irgendwo ein bisschen, aber... Nee, die Hitbox. Seht ihr das? Die Hitbox. Ja, okay, jetzt hab ich's getroffen. Ach, so eine Scheiße. Egal, bis wir schon wieder auf dem Weg hochschieben? Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Okay, komm mal auf. Nur ich glaub, wir sind grad ein paar Spinnen direkt hinter die Gesporn, weil irgendwie hab ich jetzt grad voll ein abgekriegt. Bis auch schon tot? Nein, aber... Oh nein, ich bin wieder falsch gelaufen. Und so genau so wie vorher. Ach, man. Ach, man. Schatz. Ob ich jetzt überhaupt nicht... Ob ich jetzt überhaupt nicht... Wo du jetzt bist, ist es schwer, eine Etage weiter hoch zu kommen. Nö. Ich bin aber schon mit so einer. Loi, wuppi. Loi? Ih, diese ekelhaften Spinnengeräusche. So. Silberfisch! Du dummes Sau. So, jetzt. Da ist noch einer. Ich treff den nicht, Leute. Seht ihr das? Jetzt hab ich ihn. Okay, da ist wieder ein Berittener. Ja, schick hier. Wollen wir nicht mal irgendwie zusammen? Keine Ahnung. Ich bin grad auf dem Weg. Ja, bist du schon wieder gestorben, oder was? Nein. Ja, aber ich bin noch hinter dir. Ich bin noch draufgegangen. Also ich hab gefragt, aber hast du nein gesagt. Ach so, sorry. Ja, dann hab ich ihn richtig aufgefasst. Nee, ich bin tatsächlich auch gestorben. Ich seh Silberfische. Meine Fresse. Ich, äh, warte vorm, äh... Bei dem Portal, oder? Ja. Okay, ich hab jetzt hier ein paar Spinnen vor mir, inklusive Spinnenreiter. Ich bin jetzt so auf einer ganz großen Fläche. So, das war jetzt hier so eine... Aua! Du dummes Sau! Okay. Ähm. Da ist jetzt noch ein Spider. Oh, scheiße, diese... Vor allem die Silberfische, wenn die dich halt hitten, die... Mann, du hielst in der Zeit halt einfach nicht. Und dann sind's drei, vier Spinnen, dann sind's gleich doppelt so viele Silberfische. Es ist zum Kotzen. So, jetzt muss ich halt hielen, weil sonst hab ich echt verschissen. Ja, die Spinne will mir auf den Sack gehen, aber ich geh jetzt da hoch. Bam, bam. Mann, jetzt lauft doch. So, korrekt. Okay, jetzt hiel ich wieder ein bisschen. Das ist gut. So, ich bin jetzt hier bei dem Portal, auf Portal-Level. Alter, ich treff diese Scheißspinnen, äh, diesen Scheiß Silberfisch nicht. Alter! Ah! Die sind... Ah! Silberfisch Scheiße hier! Mann, und der Berittner auch noch, der Hund! Noll, und schon wieder... Oh Gott, ich hab... Das ist das Problem, was ich angesprochen habe. Ganz, 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 ganz wenig HP, Alter. Komm mit. 46, ju. Ich geb dir, ich geb dir einen Tipp, wie man zur nächsten Etage kommt. Weil sie übernächsten. Steinformation. Ja? Das ist ein Jump'n'Run. Und das haut hin, oder was? Ah. Da hab ich falsch abgebogen. Wow. Wow. Okay. Das ist voll Runde geploppt, Alter, nice. Jetzt sind wir auf der Etage, wo wir gestorben sind. Mhm. Und von da kommen wir jetzt weiter. Okay, ich bin fast... Ich bin fast full, aber nur fast. Ja, jetzt bin ich full. Wir laufen ja nicht auf den Stein-Ding und weiter, oder? Du bist runtergesprungen. Jo, weil ich gedacht hab, wir sind jetzt hier richtig. Ja, aber nicht runterspringen. Ach so, ja, sorry. Hab ich auch grad gesagt. Meine Fress, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Oh Gott. Aua, du dummes Sau! Mann! So. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Ja, warum gehen wir jetzt nicht nochmal weiter? Wir müssen die Parcours-Passage nochmal machen. Ach, wir warten. Oh, Mann. Geht auf die Knochen weiter. Ach so. Aua! Aua! Ähm. Oh mein Gott. Hm, da kann ich dir nicht helfen. Oh Gott. Ja, aber hier sind Leute, die machen Progress. Ähm. Progress. So, jetzt sind wir wieder da. Freunde der guten Hoffnung. So. So, jetzt machen wir hier wieder den Jump-in-Run-Move hier. Ähm, ba-bam. Äh! Jawohl, Hammer! Jetzt geht's hier. Da war's schon wichtig. Da hätte man jetzt nur da hinspringen müssen, wo ich jetzt kann filmen. Ach, da hin, okay. Ähm. Aha, haben wir. Lol, da ist ein Skelett. Den eliminieren kurz. Und dann auf Block hinter sich springen, ja. Und das auf den Block hier. Okay, jo. Jo, haben wir. Einfach jeden Klettern und dann rüber springen. Oh. Oh. Da ist ein Däschungsbeider da oben. Die musste ich jetzt kurz bedienen, weil... Äh, nice. Äh! Nein! Ach, komm schon! Ich bin irgendwo hängen geblieben. Aber ich bin auch auf den Knochen drauf, also... Ja, das ist gut, so. Ha! Was ist denn du jetzt so dumme Sau? Piss dich! Alter! Kann die jetzt nicht mal down gehen? Schüss. Korrekt. Achso. Oh Gott, warum hab ich jetzt echt geblieben gefahren? Ne, ganz... Bäh. Okay. Ach. Dann ist hier rüber. Wuh! 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 Ja, als ob, man! Ach, Bullshit! Man! Diese Silberfische, Junge, die fucken mich ab, du! Das sag ich dir aber! Maul! Zack! Ah, okay, ich bin jetzt wieder auf Portal-Niveau. Ja, bei Portal-Niveau... Äh... ... die Stelle-Informationen, wo springen. Drei Silberfische. Okay, hat sich. Zwei Spinnen, komplett im Weg, vor mir. Beste Leben, Alter. Mit der Silberfische. Mann, du! Mann! So, ich bin wieder beim Jump'n'Run. Ich muss mich echt angewendet, außerprotz. Jump'n loszulassen, wenn ich schief drücken. Was? Pfff! Pfff! Jawohl, meine lieben Freunde, eine Ewigkeit und ein bisschen Salz später sind wir hier. Und jetzt kommt der gefährliche Teil. Und jetzt kommt der gefährliche Teil. Ah, laber jetzt doch nicht! Wenn wir hier verkacken, fallen wir die gesamten Werk runter. Da gibt's ein paar eklige Deckensprünge, ne? Fass! Okay, dann mach mal vor. Also der eine, der war jetzt nicht das Problem, aber mach mal. Wie ging der jetzt? Noll. Ich bin in der Kurve gesprungen. Ja. Mhm, 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 mhm. Oh Gott. Aber es nicht hier springen. Alles klar, okay, ja? Ja. Mach vor. Alter, ich werd so verkacken. Nein! Oh mein Gott. Nein, ich will das schaffen, Mann. Wir dürfen nur nicht in die nächsten Strings reinfallen. Perfekt. Äh, was machst du denn? Auf Portalebene gehen. Ach stimmt, hier ist ja das Knochen. Knochen-Ding hier. Ach du Scheiße. Aber hier gibt's auch safe irgendeine Möglichkeit zu bescheißen, dass man hier wieder hoch kann auf das Knochen-Ding, oder? Enderperlen. What thing hoch? Ja. Fuck. Okay, wo bist du jetzt runter? Du bist hier runter. Okay, aua. Okay, und weiter geht's. Jetzt geht's wieder zum Jump'n'Run. Ja. Jetzt hab ich auf einmal wieder Musik. Vorher die ganze Zeit nicht. Wieso? Ich hab keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Die Spinn hat mich ganz geschlagen. Wo ist sie? Na, sie ist mit runtergesprungen. Ich glaub, wen du meinst ist Patrick. Rick war in den Gravel-Schlitzen geschlossen. Ah, okay. Das ist der letzte eklige Spruch. Oh Gott. Das ist der letzte eklige Spruch. Nein! Oh mein Gott! Mach den Scheiß auf! Ah fuck! Mach den Scheiß auf! 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 Oh! Ehhh! So! Okay, ich werde's… Hier! Jetzt werde ich… Mann! Jetzt werde ich langsam fickrig. Jetzt hab ich richtig Bock! Woah! Was denn? Ich habe nichts gehört. Hast du gerade Spaß zu mir gesagt? In generellen habe ich gerade einfach Spaß reingemessen. Okay, also den einen beschissen habe ich. Jetzt ist das der letzte beschissene. Ey, Mann! Ist weitergefallen? Ja. Fuck. Okay, jetzt muss ich aber wieder ein bisschen zurücklatschen, weil ich muss ja wieder auf den Level runter. Der Sprung auf Portalhöhe hat mich jetzt gekillt. Okay, ich bin nur ganz leicht salzig. Ganz leicht! Nicht viel! Ganz leicht! Diese Dash-Kussionspinne, verpiss dich jetzt, Mann! Die hat mich gekillt, Alter! Ich werde wieder zurück in Graveyard geportet, geil! Ahaha! Mann! Was ist das für eine Scheiße! Where's Rick? Schreibt es der nächste. Hehehe! He, nowhere! Hehehe, geil! Oh Gott! Okay, ich bin wieder bei den Knochen. Ich bin wieder bei den Scheißsprung. Okay, Scheißsprung Nummer 1. Sitzt. Scheißsprung Nummer 2. Sitzt. Scheißsprung Nummer 3 ist mein Ende. Nein. Später. Excuse me what the fuck? Was? Bin tot. Lol, nein. Lol. Lol, hier ist ein Silberfisch. Nein, der Silberfisch. Hier war der Silberfisch. Ja. Er verschießt die Skelette. Wurde hat mich jetzt nicht die Kinder Silberfisch, aber es war also er hätte mich fast Runde geboxt nicht tödlich, aber trotzdem spooky Nein, ich hatte ihn fast, Mann von der Kante Runde gerutscht okay, ich bin hier ziemlich close, was alle ja, da tyrannisierten Typen mit dem Hurricane-Bohren, die Mobs Oh, ich wurde zurück gesetzt Alter, hier ist richtig Party-Magen Ach, ich schaff diesen Sprung nicht, Mann Toll, jetzt greifen mich die Spinnen hier oben an Auch im Jump'n'Run greifen die mich jetzt an Ey, komm schon, was das denn jetzt für eine Scheiße hier Aber die Steine machst du wie ein Champion Ach, halt's Maul, Schicki Das war eine Scheiße Äh, hinter dir eine Spinne Nee Danke Du dumme Sau Überfall mir auch Nein, nein, nein Dich kriegte viel Ha, da kriegt viel Sie kommen beim Spin, jetzt Wollte als Sie seinen Verstand verlieren Frag mich, wo ich bin. Bitte frag mich, wo ich bin. Ich werde dich anlügen. Ich werde dir nicht die Wahrheit sagen. Wissen Sie? Ganz oben. Geil. Portalhöhe wieder. Natürlich verwischt mich so. Nee, ihr killt mich jetzt nicht, ihr F***. Renn doch. Oh Gott. Ich werde zurückgezogen, weil es leckt. Ich kriege zu viel. Mann. Hier sind zwei Spinnen. Du dumme Sau. Verrück doch. Nee. 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 Nee, ich höre dich versuppern hier. Nee. Nee. Du bist nicht vom kompletten Berg gefallen. Keine Sorge. Ja. Also ich war schon wieder kurz bevor komplett zu schreien. Mann. 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 Oh, oh, thanks. Nein. Oh Mann. Alter. Ich kriege echt zu viel, Brute. Ich schaffe jetzt nicht mehr den Sprung von den Knochen. Ich hab hier irgendwo ne Spinne Lauf Schickie Ich hab keine Bock auf die Spinne Lauf einfach Ohne Sch- NEIN Ich wurde Zurich gepostet Wir können auch in den Eta Morgen Ganz sicher Wenn das manchmal so Lex-Bikes schiebt Dann portet dich das irgendwie 2-3 Blöcke zurück oder so Ich mein, wenn ich an meiner Inkompetenz draufgehe Ist das völlig zu Recht Völlig zu Recht Aber nicht so Nicht so Und nur weil mir das Spiel jetzt hier hart nicht gönnt Seh ich nicht ein Hier jetzt einzuziehen und mich zum Verpissen Seh ich nicht Seh ich einfach komplett nicht Guck mal, ich bin den Berg schon so oft jetzt runtergefallen Ich kenn den Weg auswendig Ich hab ihn nicht gesagt, dass wir uns einziehen Er spawnt hier halt 150.000 Silberfische Ja moin Die spawnen in meinem Gesicht Was ist denn das für eine Frechheit Ihr Fotzen Ich bin tot Aua Silberfisch, Silberfisch, ich bin Silberfisch Verpiss dich Gab Kratter an Ich bin schon wieder tot Bei Silberfisch Du, ich hab wirklich kein Problem mehr mit diesem Ziel Verzöger Nein Du kennst mich da schlecht Umso öfters ich sterbe, umso mehr will ich das Das ist das Problem Und wenn ich ganz Und wenn ich oben bin Dann springe ich runter und mach's nochmal Einfach nur um's mir selber nochmal zu beweisen Einfach aus dem Prozess Ja Um's mir dann falsch gelaufen Um's mir dann nochmal selber zu zeigen Einfach nur nochmal Guck mal Ich feite schon gar keine mehr Will die mir alle so auf den Sack gehen Ich skip die einfach Komplett professionell, Alter Wie so, wie so ein Gott Wie so ein junger Götz Also Gott Vor allem ich kill Das Skelettviech Aber der Silberfisch fuckt mich ab Weißt du Das ist halt echt heftig Mann Nein Ey Mann Verpisst euch doch Alter Verpisst euch doch Ihr F*** Ich werde zurückgepoppt Mann 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 Aber du musst es positiv sehen Ja Wir können diese Folge so richtig hart klicken Und so Aha, können wir das? Ja Also ich jedenfalls Also ich habe den Sprung geschafft, Bruder. Ja, da hoch, aber hier oben ist richtig Action, Jackson, Alter. Ach, lol. Ja, ich bin oben, aber ich werde gerade komplett gerackt. Ich bin tot. Aber wollen wir wieder reinsteigen in die Folge? Ich bin immer noch drin. Ähm. Ah! Nee, nee. Nee, nee, Alter, nee. Einfach nee. Nee, Mann. Nee. Nee, nee. Okay, ich bin oben. Bin noch beim Portal. Nee. Nein. Alter, nein. Nein. Jetzt verpisst euch doch. Nein, 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 nein. Ich brauche gefühlt so die doppelte Zeit von dir und Lockdown. Ey, nein, ich wurde zurückge... Jetzt kommt, das war... Oh, Mann. Okay, da ist nur noch die Spinne übrig. Jetzt waren wir die Silberfische weg, die wurden Schicki gerade weggemacht haben. Okay, ich kriege gerade von hinten auch noch Treffer. Ich habe nur noch ein Herz und ich verpisse mich kurz zum Bright Fortress. Aber da hiel ich nur kurz und komme dann zurück. Ich wurde reingeschlagen. Okay, dann können wir... Oh Gott, ich habe wieder hier komplette Lecks. Dann können wir hier ganz kurz uns anschauen. Wo bist du denn? Ja, faschig ist aber vielleicht. Okay. Neu brennt man da? Was? Wow, alter, okay, ich habe ganz krass Lecks, ich kriege Hits. Und ich habe keine Ahnung. Ah, guck mal. Ich wurde getötet von einer Dasher-Spider, aber bin hier am Portal gespawnt. Hätten wir das vielleicht vorher machen sollen? Wir hätten vorher durch das Portal fliegen sollen. Ja, das habe ich jetzt auch festgestellt. Leute, wir sind jetzt seit einer Stunde hier dabei. Also ich bin dabei. Schicki hat es eigentlich immer sofort... Schicki hat es eigentlich immer sofort geschafft. Nur ich war immer zu inkompetent. Und jetzt stellen wir fest, dass wir uns eigentlich so einen Checkpoint hätten schaffen können, indem wir einfach durchs Portal gehen. Aber das ist meine Schuld, warum es mir nicht getan hat. Mann! Weil ich die ganze Zeit zum Schicki jetzt hier offscreen gesagt habe, nee, du lass mal, wir gehen da jetzt noch nicht hin. Ich will das hier Challenge schaffen, ich will das machen und so. Ne, ich habe es auch nicht gewusst. Ja gut, ich wollte dich jetzt gerade verteidigen. Okay, da ist auf jeden Fall eine Spinne am Start hier unten. Ich will sauber da oben bei den Steinen hinter den Knochen. Bei diesen nervenen Fallen. Ha? Beide oben. Hi. Oh, nee, Schicki. Hey! Okay. Lois. Oh, okay, dann hätten wir. Komm bitte, Spinne, freck dich um. So, jetzt sind Schweren. Ja, aber was meint dann jetzt hier von den Schweren? Ich kann ja hier, ich kann ja hier nirgends, wo safe stehen. Aber nirgends. Warten? Ja, ich warte jetzt hier auf. Dann passiere ich. Ja, warte, Bruder. Ja, nee, okay, dann geh vor, Bruder. Okay, er hat safe. Ich wurde zurückgeportet, Mann. Ich wurde runtergeschlagen. Wie diese Arschbastate. Einfach von unten hoch droppen. Das ist legit. Lol, der sitzt einfach da. Der Spider-Jockey. Ich hab halt keine Pfeile mehr. Hier. Jetzt bist du runtergefallen, du Sohn. Mann. Nein. Ey, ich krieg diesen Pfeil. Okay, ich bin jetzt wieder bei den schwierigen. Wo bist du? Ich kette nach oben. Einfach um den Spinnen wegzukommen. Bitte, lass mich nicht nehmen. Sollte es jetzt weniger Känzer sein. Okay. Okay, pass auf. Ich bin jetzt hier auch oben. Ich bin jetzt oben. Ich hab den schweren geschafft. Ich bin jetzt... Oh Gott, ich krieg von... Irgendwo her krieg ich grad hart aufs Maul. Aber ich halte mich jetzt hier. Nein, ich bin... Ich wurde von innen komplett nach unten gehauen. Mann! Wuh! Das ist das Ding. Mann! Er rennt nicht! Er rennt nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich renne. Einfach weiter, einfach weiter. Weil nicht, nicht stoppen! Einfach weiter! Und jetzt so rechts hier hochklettern. Okay. Ja, an dem Teil. Okay, ein Silberfisch. Ich treffe gar nichts. Ich treffe überhaupt nichts. Einfach klettern. Ich komm nicht hier. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Okay, also wir sind wieder da. Ey, ich häng hier in der Sackgasse fest, Alter. Das ist keine Sackgasse. Und wenn, äh... Bekommt ich die Silberfisch in Spielen? Ne, man. Aber das war... Hey, Mann, komm jetzt! Ah, okay, kann hier einfach komplett durch Crouch-Jumpen, okay? Okay. Ja. Wenn dich um die Spider-Jockeys angreifen, hast du's offiziell geschafft. Wenn du's jetzt verkackst, gibt's ein großes Problem. Okay, auch weit ist das nicht mehr, sehe ich gerade. Ich bin ein versperrtes Jump'n'Run. Aber... Okay. Jo, die sitzen da oben, die Huren. Also hast du's geschafft. Ja, nein, 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 ganz oben bin ich noch nicht. Ähm, ja, Schicky, dann warte ich jetzt hier auf dich. Und willst du da nochmal einen Cut machen? Oder keinen mehr? Das juckt jetzt echt nicht mehr. Aber der Boss ist auf jeden Fall nicht da, sehe ich. Äh, Challenge Climb geschafft, oh Gott. Hast du jetzt offiziell die Spitze erreicht? Und jetzt bin ich tot. So, okay, ich bin raus, das war's. Spitze geklimmt. Sprachen lernen. Fertig. Meine Freunde, völlig im Arsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bleibt sauber, haut rein, bis dann. Tschüss. Nee.